Zum Editieren Ihres Nutzerprofils klicken Sie oben rechts im Menü auf Ihr Profilfoto und dann auf Profil. Mit Linchpin User Profiles sehen Sie mehr Felder als in Ihrem Standard-Conference-Profil. Klicken Sie auf Profil bearbeiten. Unter Systemeinstellungen können Sie Ihre Sprache einstellen. Im Kontaktbereich füllen Sie die Felder aus, die Ihre Kollegen sehen können, um sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Je nachdem, was Ihr Admin konfiguriert hat, können Sie noch weitere Felder sehen. Diese Felder helfen dabei, Inhalte, die Navigation und News für Sie anzupassen. Die Felder helfen auch Ihren Kollegen dabei, Sie nach den Kriterien Ihrer Expertise im Personenverzeichnis finden zu können. Nachdem Sie alles angepasst haben, klicken Sie auf Speichern. Mit Linchpin User Profiles schneller und müheloser in Confluence zusammenarbeiten. Mit Linchpin eine Wirklichkeit Mit Blüten Sein règst Mit